Wir im Team Credit Risk Management überblicken ganzheitlich die möglichen Kreditrisiken bei Neu- und Bestandskunden. Dabei treffen wir individuelle Warenkreditentscheidungen, welche auf einem bestimmten Scorewert basieren. Dieser wird aus den Bewertungen der Auskunft teilen und dem Zahlungsverhalten unserer Kunden berechnet. Mit branchenspezifischen Sicherheiten bieten wir eine risikoarme Lösung für Ihre Geschäfte. Durch kontinuierliche Schulungen und zugeschnittene Tools sind wir daher die Profis für die Themen rund um Risikobewertung, Entscheidung und Minimierung. Damit ergänzt das Team von Credit Risk Management die Abteilung der Credit & Collections und gewährleistet die Absicherung der Forderungen im Tagesgeschäft für unsere Neu- und Bestandskunden. Wir arbeiten für Sie. Effizient. Kompetent. Kundenorientiert. реure Ölgifik amendment FR Ölgifik